Sie brachten die Fracht in zwei Lagerhäuser. Das ist ein Aussichtspunkt. Okay. Das ganze Spiel ist scheinbar, wie man auf der Karte gesehen hat, in New York. New York, ja, auf jeden Fall. In New Orleans. Bloomberg New York New York New York Das war's für heute. Ok, was machen wir denn hier? Den kann ich gut führen. Hallo? Willst du mit mir kommen? Scheiße. Da. Nass? Ach so. Das war die eine Wache. Hallo? Kann ich auch zwei betüren? Okay. Wahrscheinlich nicht. Wär auch zu schön gewesen. Das war die Wache. Das war die Wache. Das war die Wache. Und da ist das nicht. Das war die Wache. So, schön, dass du jetzt nicht mehr da bist. Oh mein Gott. Okay, die haben scheinbar... ...kein Auge für mich. Das ist schön. Den soll ich eliminieren. Nein. Den da soll ich eliminieren. Tak, ja. Das kann ich denn machen? Ach so. Cool, Kurzwaffen. Ah, Gegenstand ist ausgerüstet. Gut. Mehr kann ich nicht machen. Schön, Vorräte, Munition. Das habe ich auch alles. Taschenmuren. Kartographen holen. Was, was wir brauchen werden. Oh mein Gott. Was ist denn los? Was willst du von mir? Diese Lady protestiert so sehr. Ach. Wie nett. Oh, hab ich euch etwas sauerlich gemacht. Die wollen? Oh. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, greift mich an. Ja, schön. Fein. Haha, wie geil. So. Was willst du? Was willst du? Was wolltet ihr von mir? Und was hat das gebracht? Viel wichtiger. Töck, Ian. Ich bin unendlich dankbar für eure Hilfe, Mademoiselle de Grand Prix. Aber wie habt ihr es... Ach, nicht wichtig. Nur bitte, richtet eurem Vater aus, dass er für all den Ärger einen stattlichen Rabatt erwarten darf. Ich bin unendlich dankbar für eure Hilfe, Mademoiselle de Grand Prix. Ich bin unendlich dankbar für eure Hilfe, Mademoiselle de Grand Prix. Da ist eine gesperrte Umkleidekammer. Also es gibt es jetzt nur eine. Gut, da machen wir noch eine Mission. Je, die noch umbeginn.